Los Angeles, die sonnenverwöhnte Metropole an der Südküste Kaliforniens, ist für viele der Hotspot und Ausgangspunkt für eine Reise in den Westen der USA. Die Welt aus Kino und Fernsehen ist zum Greifen nah, die Traumfabrik Hollywood ist heute lebendiger denn je. LA, eine Stadt, die Geschichte geschrieben hat, eine Stadt, die auch Sie begeistern wird. Mein heutiger Tipp für Sie, bummeln Sie über einen Walk of Fame und suchen Sie den Stern Ihres Lieblingsstars. Besuchen Sie die Hollywood Studios oder genießen Sie das bunte Treiben in Venice Beach. Erleben Sie den Kalifornien Way of Life. Ab 10. April mit Austrian bis zu sechsmal wöchentlich nonstop nach Los Angeles. Info und Buchung unter Austrian.com und in Ihrem Reisebüro. My Austrian, the charming way to fly.